ich habe die ganze zeit so ein bisschen schritt ist also creme anhand ich habe irgendwas an meinem mittelfinger gemacht eigentlich ich dürfte den gar nicht bewegen oder so jetzt ist die ganze zeit dabei so mit pflaster du weißt wirklich das ist mit pflaster zu spielen ich bin absolut muss ich werde links neben einem über die ist einer ich denke mal du hast ihn gesehen ich habe noch hingetötet keine ahnung das wort dann wollte ich nicht sorry ich habe gesagt ich weiß ich weiß absolut nicht wo ich bin so wo bist du da bist du ach einer ist noch einer ist noch hier drinnen immer die minis hier hast du hier oben alles geklärt unter uns unter uns auf jeden fall einer ist nach oben gesprungen ich habe keine snapper money warum war die snapper money nicht da einer bei mir jetzt noch einer weiter geht's wer schießt er hat auf dem bord geschossen ich schwere diese neue waffe ist so komisch alles da ist hier ich glaube ja kurz mal aufgeräumt du kannst diesmal den raketen erfahren wenn du willst weiß nicht also ja ich finde den kurier weil ich mag also ich habe schon ein erstens erstes das ich habe hier noch 50er trank 50er trank also dieselben maschinenpistole wow wow ist so cool wirklich unglaublich so ab zum tresor würde ich sagen oder ja hast du bock wo wisse ich habe bock und das musste man mit dem pack geben oder so ja hole ich mir gleich ich habe sogar drei zum tresor unten rein wir haben genug zeit eigentlich entspannt sind so ist immer dieselben ich weiß nicht genau den eingang ich glaube hier rein hier war ich von auch schon ja hier sieht gut aus komm mal her egal der macht so viel damage der kack meine güte da war dass du da bist dass er denn halt was das ist ein shot kann der karten leger wie ist er einer schwimmt einer schwimmt über uns die sind genau über uns erst mal die karte auf so ne 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 hallo lasst sie mal kommen kurz die können ja nur überunter und also sie können von da rein kommen wo wir waren so lass mich den kurz nehmen lass mich den kurz nehmen immer noch über uns gehen jetzt gleich ein wir brauchen die sender sie gehen nach oben und wir schon mal aufmachen aber kommt dann ja alarm kommt so oder so ich oder erst wenn du aufgehoben hast glaube ich muss ich das aktivieren die karte keine ahnung karte hier die karte nimmst du ja aber die ging nicht normalerweise ist die falsche seite ich glaube wir sind auf der falsche seite okay dann neuer plan da ist natürlich ärgerlich dann müssen wir glaube ich das kämpfen okay komm mal hier raus was soll du bist schon mal raus jetzt habe ich weiter warte mal die sind und die sind bei uns jetzt die sind jetzt unten die sind von unten gekommen dass sie die andere seite über die treppe aber jetzt lassen wir noch mal überlegen wie wir dahin kommen ja da ist doch meine laufe da geht es auch noch mal runter und hier kann man rein die haben das ausgeschaltet und sind dann irgendwie von oben reingekommen da kannst du glaube ich nämlich durch hier 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 muss so jetzt muss man überlegen was wir nehmen und dann gleichzeitig drücken dass ich erst mal das gold nehmen ja auch immer gold das erste alles andere auch noch ich brauche hier hier habe ich kommt ja dann sagt er was alles gut hier wird bestimmt was sein naja hier ist man 50er bankbarung ja doch hier so gibt es ja nur zwei auswahl wir machen wir das jetzt dann müssen beide gleichzeitig drücken was willst du haben ja das ist glaube ich besser hier die als die schrift hinter dann nämlich die schrift hinter okay bist du bereit ja sagst du 321 go oder auf go oder auf go ok 321 go meintes zugegangen schade egal was ich habe nicht wo hast du noch so ein rambock ich habe eigentlich habe ich habe ein warte wird jetzt hier den weg ja wir gehen hier da 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 vor mir vor mir vor mir ich habe kein doch habe ich durch vor dir vor dir wurde ich habe die tür auf gebrochen hat so du meinst ich dachte er meint scheiße ich habe meinen impuls kann hatten da vergessen ja das war deine ich kann dir welche geben von man hatte sechs schade noch mal einfach kann ich nicht einfach untergehen so kann es auch machen ich dachte wir machen es bisschen spannend was sehr recht ich habe die shop kann es ist geil welche hast du jetzt mal die die du gesagt hast du nicht so gut ja schon die mit den zebras streifen drauf oder im kursor war wird deine schwimmen geschwindigkeit und sammeln sofort die beute einer ausgestellung nein ich habe all meine sachen verkackt sehr wenn man upgrades wie ist unser sohn wir müssen eh noch wir könnten auch gute bestien gehen ob da noch was ist ja ich habe ich habe so viel schaden bekommen auf einmal ist wieder alles ruhig dass so viel action ich bin hier gegen die das teil geflogen und das ist ein explodierter so na dann machen wir es gleich noch mal nur spaß ich habe so viel spaß gerade schon bot jawohl das wollte ich hören ja da ist mein schild wieder es juckt es rast es macht alles hä ich tu mir das so gerade weiß nicht safe nicht rekrutieren vielleicht hast du nicht genug gold dein gold wurde ja resettet ne ja keine ahnung was da passiert ist ok sorry mein fehler hallo spaß ich habe genau reingedacht wollen wir diesmal zuerst auf die insel würden wir auch machen es ist nur 200 meter entfernt da wo du mach ich das ja okay du kannst fliegen ist doch okay schon geil warum kann ich okay die eine war fahrten back diese doppelmagazin schon die ganze zeit nachladen dafür ist das doppelmagazin da oder nicht keine ahnung ich lasse sie die ganze zeit noch nicht schlägt das ist ein fernsehton ja ich kann da nicht so rüber ich glaube ich kann auch nicht so rüber doch so cool das ganz schnell das ganz schnell einnehmen liegt auf dem feld ich glaube wir kommen mein bau ich muss unbedingt diese waffe weglegen ich brauche eine normale waffe noch das waren wir aber nicht die kommen die kommen die kommen die kommen ich bin weg ich bin weg ich bin auch weg zum glück ok wohin geht's wohin geht's ich weiß nicht ich hab lowlife kommst du weg kommst du da weg ja sicher nein mann digga so scheiße ich hab' gefinished mann digga alles gut sowas ist nervig was ist jetzt was äh makima ich hab' gefinished ich hab' gefinished keine ahnung einfach wollen ich hasse die karte ich will da wo ich dich reviven kann vielleicht kommst du da ran ah schade hoffen wir mal dass der nur drinnen ist mann digga ja mann ich wollte die schottgang ausprobieren die musste aber laden also ich hab' kann ja ich hab' damit geschossen wohnen zu dir aber du musst raus aus der sonne erst mal nämlich mal mit seiner scheiße so und dann kommst du zu mir und dann überlegen wir uns welche wochen du jetzt haben willst ja ich hab' erstmal ich nehme das schon ganz wir brauchen schilder hier sich ist auch noch mit sachen und irgendwer schießt hier sehr klaus bei uns hier ist auch nur ein rambock wenn du den willst keine ahnung ja ich brauche einen aufmünd oder was ist ist hier der rambock lieber oder willst du dings dann teile ich meine dings mit dir ich nehme die ich nehme den ja die sind immer noch auf der insel ja das dachte ich mir aber die müssen runter von der insel oder ja beim ist der bot auch gestorben ja schade wir sind aber direkt durch die insel durch ne mhm und die zone ist extrem schnell digga wenn du willst können wir ihr auto nehmen alles gut aber durchs leid ist auch ein bisschen schneller ja die sind auf die insel gesprungen die sind weg von der insel darunter gesprungen hier komm 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 wohin berg am besten wäre geil die gehen auch erschießt er schießt er schießt er schießt er schießt er ist einer ist direkt über mir über ja brutal bastion ist halt da auch noch ne zwei ja jo danke der anderen seite digga das war jetzt natürlich nicht so geil ich habe einen low gemacht ich habe einen gedaunt ich habe einen gedaunt ja bei mir sind die ok meiner ist weg sorry bruder ich komme ja die sind bei mir jetzt bist du weg nein man digga das braucht nicht wirklich ich wusste nicht dass du auch immer die andere seite vom berg nimmst sorry alles gut ah der hat deine waffe ok da hat einiges wirst du bei dir? ich weiß ja kann ich nichts machen ja ich wollte einfach nur erstmal weg von denen weil wir hatten halt die beschissenste position ever naja